Der meiner nur so klingen würde. Der ist zwar auch laut, aber er klingt halt wie ein Traktor. So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück auf dem BMW Melkos Kanal. Wie ihr am Rauch stehen könnt, mir ist tierisch kalt, wir haben minus 4 Grad, aber nichtsdestotrotz drehen wir heute trotzdem für euch. Wir fangen nämlich heute eine neue Serie an. Wie ihr seht, sind wir beim Autoservice Reichert. Wir sind jetzt hier in Dresden auf der Kesselsdorfer Straße 99 und wir machen eine neue Serie, in der wir jetzt nämlich euch Kundenstories erzählen wollen. Uns geht es jetzt nämlich darum, bei dieser Serie auch mal ein bisschen zu beleuchten. BMW Melkos sind ja nicht nur Neuwagen und unmittelbare Gebrauchtwagen, sondern eben auch durch den Teilevertrieb haben wir auch eine große Klassik-Affinität, auch durch den RS1000 durch unsere Historie. Und dementsprechend wollen wir jetzt mal ein bisschen bei unseren Kunden gucken, wo verstecken sich so Schätzchen, wer hat was Cooles da und wer bezieht auch seine Teile bei Melkos und wodurch können wir da helfen, dass die Schätzchen eben so aussehen, wie sie aussehen. Dementsprechend, wir gehen heute einmal rein. Wir haben heute tatsächlich nicht nur ein Auto, sondern zwei sehr coole Autos. Treffen wir uns jetzt gleich mit dem Alex und ja, würde ich sagen, kann es losgehen. Jetzt sind wir einmal drinnen, links und rechts kann man schon die coolen Sachen sehen. Und den Alex sieht man auch. Moin erstmal. Ja, willst du dich vielleicht erstmal vorstellen? Ja, ich bin Alexander Reichert, einer der Geschäftsführer vom Autoservice Reichert. Wir sind ein Familienbetrieb, meine Schwester sind in der Firma und meine Mutter noch in der Firma und wir machen das jetzt seit 1999. Sehr cool. Und danke, dass du dir auch als erstes Zeit nimmst für unsere neue Serie. Danke. Wie man aber sieht, anhand deiner Autos hast du es auf jeden Fall auch verdient. Willst du vielleicht ein bisschen was zu deinen Schätzchen erzählen? Das ist eine E30 320 IS, ein sogenannter Italio M3 und ja, den habe ich vor sieben, acht Jahren gekauft und über einen gewissen Zeitraum dann verbessert, verschönert. Steht aber gerade aktuell eher mehr rum, wie es gefahren wird. Und dann haben wir natürlich noch das BMW 1 M Coupé, das ist noch relativ jung in der Familie. Und ja, ich werde mal wieder einen Exoten haben und da kommt man an so einem Auto nicht vorbei. Das stimmt. Wie lange hast du den da schon? Ein Jahr. Ich hatte davor einen M3 CSL, einen E46. Auch sehr schön. Den hatte ich dann irgendwann mal verkauft und dann eine Zeit lang mal bloß Oldtimer bewegt und dann musste wieder ein bisschen was Zügiges her. Was ist für dich so das Highlight an dem Auto? Was macht es so für dich aus? Dass das Auto keine Sonderausstattung hat, also keinen elektrisch anklappbaren Spiegel, viele Leute lachen. Mein CSL war zum Beispiel ohne Radio und sowas und weil es halt eine reine Fahrmaschine sein soll und weil es halt natürlich diese M3 Achsen in einer 1er zu bauen und das Auto dann so herzustellen und nicht einfach nur einen Aufkleber drauf zu machen, Software zu ändern und Felgen drauf zu bauen, sondern das ganze Auto ist vom Konzept her einfach nur Wahnsinn. Und es macht nach einem Jahr immer noch Spaß aufs Auto zuzulaufen und immer so ein kleines Schmunzeln. Das sieht man ja auch extrem selten, als du am Telefon erzählt hast, dass du einen hast vorher auch direkt ganz heiß drauf. Also in weiß habe ich tatsächlich selber noch nie einen gesehen. Hast du selbst an dem Auto jetzt hier auch schon was verändert? Nein, gar nicht. Ich habe das Auto so gekauft. Mir war wichtig beim Kauf, dass das Auto erstmal in Deutschland Erstauslieferung hat und dass es möglichst nie getunt ist. Ich habe mir viele Autos angeguckt, auch in anderen Farben, die nie original sind von BMW. Und da muss ich sagen, da geht ja die ganze Form von der Seitenwand, das geht alles verloren. Ich habe mir das in dem Grau angeschaut, von dieser typischen Audi-Farbe. Hingekommen nach Regensburg, angeguckt und dann gleich wieder nach Hause gefahren. In Schwarz angeguckt, aber dadurch, dass auch viele umgebaut sind, für mich ist Originalität immer sehr wichtig, dass es so stimmig zueinander passt. Das ist auch wirklich eine gute Sache. Und bei einem E30 sieht man auch Originalität. Ist der ein bisschen tiefer? Ja, der ist ein bisschen tiefer, weil die Originalität schon ein bisschen hoch sind. Ganz schöne Busse, ja. Beim E30 muss man immer ein bisschen aufpassen. Und wie gesagt, aber das ist ein absoluter Exot, weil in einer Limousine ohne M-Paket und dann so ein Motorsport-Schaltgetriebe, erster Gang hinten links, viele können damit nicht so richtig fahren, aber es macht schon Spaß. Ja, also absolutes Highlight und so ein bisschen so eine Art Schläfer. Also das Auto kannst du überall mal hinstellen, das geht in der Menge so ein bisschen unter. So ein E30 M3, den hatte ich auch schon. Oh, okay. Den stellst du irgendwo hin und dann stehen da Leute drum und gucken, ob der Original ist und so. Und das ist ein bisschen, naja, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Wie genau hast du den jetzt hier wieder aufgebaut? Also wie sah der damals aus, wo du den gekauft hast? Also der wurde in Kroatien damals komplett lackiert. Die wurden ja nur nach Italien und Kroatien ausgeliefert, die Autos. Deswegen gibt es die in Deutschland relativ selten. Und ja, der war so vom Zustand her gut, aber ein bisschen schludrig zusammengebaut. Dort hat was nicht gepasst, da hat was nicht. Also so, ich habe da immer so einen Hang zum Perfektionismus. Das sieht man aber auch. Dann werden einfach auf diverse Teile getauscht. Und wenn die vielleicht alt aus oder alt aussehen, dann muss ich die dann immer so ein bisschen neu machen, weil es dann einfach fürs Auge nicht passt, wenn das so perfekt aussieht und ringsrum alles alt. Wie der Kühlwasserbehälter zum Beispiel, bei ME30 kannst du dir angucken, die sind immer so braun und so. Und dann haben die immer Restaurationen drauf geschrieben oder bieten die Autos an. Und dann hast du so einen alten Behälter und so einen neuen Auto, das passt für mich nicht. Und deswegen meine Teile beziehe ich ja alle seit Jahren schon von der Firma Melkos. Und ich muss sagen, ich bin mit einem Gesamtpaket, was BMW und Melkos betrifft, echt sehr zufrieden. Das freut uns zu hören, eine gute Sache. Wenn du dich für eins deiner Schätzchen entscheiden müsstest, was wäre denn dein Favorit? Oder sind sie doch zu verschieden? Ja, eigentlich sind sie zu verschieden, aber mein Favorit wäre auf jeden Fall, es ist BMW 1,2,1 Coupé. Du hast Ausstattung wirklich gar nichts drin. Gar nichts. Das ist ja der böse Bruder von meinem. Ich war ein 1,18D aus der Generation. Also hier ist gar nichts drin. Warte, ich muss mal kurz den Schlüssel drüber machen. Ich finde das super cool, wenn man so den Vergleich auch sieht. Damals in den M-Innenräumen, da hat sich eigentlich nichts wirklich getan. Du erkennst es am Tacho und ansonsten hast du ja gar nicht so viel... Klar, ich meine, mit Alcantara jetzt noch bezogen. Und am Tacho siehst du das Lenkrad unten, dass dieser M-Sticker, das der unten in dieser Einkerbung drin ist, das ist beim normalen auch nicht so. Aber sonst siehst du ja echt kaum Unterschiede. Ja, beim CSL war es ja damals noch viel krasser. Also da ging es dann mit der Türverkleidung los, Mittelkonsole. Also dort ist ja damals, wie gesagt, BMW, muss man wirklich sagen, einfach ausgeartet. Und das ist für mich so eins der letzten Autos. Für mich stand so die Variante M2 Competition oder der. Und bin ich nicht dran vorbeigekommen. Der ist ja auch erheblich seltener. Ja. Den haben sie ja echt nur ein Jahr gebaut. Der kam ja ganz am Ende von der Baureihe. Eine relativ kurze Zeit. Die ersten Modelle, was eigentlich relativ lustig ist, die ersten 1er M-Coupés, die haben hier eine ganz leichte, scharfe Kante. Und vom Seitenwandpressen und über die Herstellungszeit sind die dann immer leicht runter geworden. Das ist etwas, was ja zum Beispiel viele nicht wissen. Aber wie gesagt, absolutes Traumauto und das nach einem Jahr immer noch. Und du hast auch erzählt, du fährst hier Semislicks drauf? Genau. Michelin Cup fährst du drauf, weil das Auto ja auch dazu da ist, schnell zu fahren. Ist das Rennstrecke schon mal gewesen? Mit dem noch nie. Also ich bin eine Zeit lang Rennstrecke gefahren oder viel Rennstrecke gefahren, mein BMW-Auto. Es wird aber dieses Jahr das vermerkt ein, zwei, drei Mal kommen. Bei dem passe ich aber vom Zustand her noch ein bisschen auf, weil wir haben ja hier 50.000 Kilometer. Ah, okay. Und dadurch, dass alles original lag ist und Steinschläge ja doch schon auf Rennstrecke mehr dazukommen. Wie viel hat denn dein E30 eigentlich gelaufen? Der hat 140.000. Okay, das ist auch noch recht wenig. Ja gut, der ist im Prinzip ja komplett gemacht. Ich habe meinen Alpina B9 noch. Den werde ich komplett auf null dann zurücksetzen, weil dort immer alles neu gemacht wurde. Ah, den habt ihr hier hinten stehen? Den haben wir hinten, genau. Wollen wir vielleicht auch noch mal eine Runde gucken gehen? Da können wir dann noch was Licht anmachen. Wie lange baust du schon da an? Ich mache das Step by Step. Also ich bin jetzt bei vier Jahren. Was für ein Motor ist das genau? Also was kommt hier rein? Das ist ein 3,5 Liter 6 Zilindertur, original um die 240 PS. Das ist damals noch einer, der nie abgeriegelt war. Das heißt, der läuft so weit, wie läuft. Also um die 270 muss das sein. Ja, aber vom Zustand her eine absolute Vollkatastrophe. Habe ich aber auch so gekauft, das wusste ich auch. Und ja, und jetzt wie gesagt einfach Step by Step ist viel Arbeit, aber es zahlt sich im Endeffekt aus, weil das noch seltener ist. Also ich glaube den ersten haben so 100, paar und 40 Mal gebaut den hier. Und ich stehe so ein bisschen auf Exoten, wie man mitkriegt. Merkt man ja. Also so einfach so, ja so 0815, das klingt zwar jetzt so blöd, aber das, ja, im Prinzip mache ich es ja wirklich nur für mich. Also mich sieht man auf irgendwelchen Autotreffen eigentlich gar nicht. Das ist einfach so, so einfach die Leidenschaft, was aber auch wichtig ist, was man auch in dem Beruf mitbringen muss. Ja. Weil ansonsten funktioniert das Gesamtprogramm einfach dann auch nicht. Ich glaube, wenn es einem Spaß macht, geht man im Prinzip dazu. Genau, man muss das im Prinzip einfach auch leben, weil ansonsten kann man es dann auch, nee, nicht ordentlich machen, keinen Job, na. Ich glaube, kriegt der das klassische Alpina-Grün, was es heute noch gibt? Ja, das nennt sich Arad-Grün, kriegt der und der wird komplett original auch zurückgerüstet. Also der Vorbesitzer aus Frankreich hat damals alles in Schwarz danach machen lassen. Okay. Und der wird jetzt komplett wieder auf Kron zurückgerüstet und ist auch alles schon da und alle Alpina-Teile sind jetzt auch schon neu da. Genau, und jetzt ist halt die Riesenbaustelle noch die Parosse, aber das passt schon so weit. Okay. Hast du so deinen Zeitplan oder hast du keinen? Der Zeitplan ist eigentlich Ende dieses Jahr soll das Auto schon zum Lack, dann nochmal ein Jahr bis anderthalb Jahre Lack. Weil wenn du natürlich komplett den Lack runterholst und komplett den Lackaufbau machst, soll das natürlich gewisse Abluftzeiten einhalten. Was wichtig ist, heutzutage wird ja mal alles früh, 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 schnell gemacht. Dann wird das nochmal ein Jahr dauern und dann nochmal ein Jahr zusammen machen, also ich denke drei Jahre. Die größten Baustellen, wie gesagt, alles was Motor betrifft oder Teile oder ringsrum Verspeulerung ist alles schon komplett neu da. Ja, wollen wir ansonsten vielleicht mit dem 1RM Coupé nochmal eine Runde drehen? Gerne. Ja, zeigen wir euch mal, was das Auto noch so drauf hat. Also vorausgesetzt, was die Straße jetzt so zulässt bei den Temperaturwurten. Also auch cool, dass du noch einen Handschalter hast. Also ist dir das auch wichtig? Also hättest du einen M2 auch als Handschalter genommen? Ich bin in einem 2 Competition gefahren und es ist ein gutes Auto, aber es ist ein Auto, was für mich zu vollgepackt ist. Okay. Diese ganze Ausstattung und Digitalrate, das ist für viele wichtig, die da vielleicht mehr im Alltag bewegen. Für mich ist das aber uninteressant. Das heißt, das höchste der Gefühle schon eine Sitzheizung. Ja, genau. Also das hättest du auch noch gerne abwählen können. Aber es ist halt eine absolute Grundausstattung. Ich war damals erstaunt, dass es so ein Auto ohne anklappbare Spiegel gibt, also ohne elektrisch anklappbare Spiegel. Also ja, wie gesagt, es ist einfach das Gesamt-Rundum-Paket. Für mich ist auch immer so ein Thema Wertverlust oder Verfall oder Wertsteigerung ist für mich ein Thema, was sehr wichtig ist bei Autos. Du hast ja nur Wertsteigerung hier eigentlich, ne? Also da kannst du, also vor allem wenn der jetzt so original bleibt, da kannst du ja eigentlich nichts mit falsch machen. Nee, auf keinen Fall. Ja, ansonsten motortechnisch. 343 PS reichen dir? Oder? Nee. Also ein bisschen was braucht er noch. Da wird er noch ein bisschen einen kleinen Leistungskur kriegen, dass wir so auf 390, 500 kommen. Da gibt es verschiedene Pakete. Das ähnlich, was mich so ein bisschen bei dem Auto stört, ist die so ein bisschen Problematik mit der Höhltemperatur. Wenn du das Auto zu lange intensiv bewegst oder was ist zu lange, 30, 35 Grad und dann fängst du an, das natürlich noch die Serventinstraßen hoch zu prügeln. Da bist du schnell irgendwo bei 130 Grad und das ist dann einfach für mich auch zu viel. Dort müssen wir mal gucken, dass wir dort in die Richtung noch was machen. Und ein bisschen einen anderen Kühler einbauen. Ja, einen größeren, genau. Mal gucken, wie man das gestaltet. Ja, das ist schon sehr wichtig, weil das Öl dann immer sehr schnell verbraucht aussieht. Naja, ansonsten, du fährst zwar Semi-Slicks, aber bist du auch ein Drifter? Nein. Gar nicht? Nein, geht im Kopf nie. Nein? Nein. Okay. Ja, wird alles, sobald der Drift eingeleitet wird, wird im Kopf unterbrochen. Okay. Also das ist, also damals mein allererstes Auto war ein E30 Touring 320i. Da stand ein Baum an der Seite drinnen. Oh. Oder Schaden. Ja, das hatte damals mein Vater für mich gekauft für 500 Euro. Das ist geil, für was für ein Geld die Autos damals gegeben hat. Ja, das so. Wenn man da heute guckt, da wird einem mal Angst und Bange bei den Preisen. Beste, beste Beispiel ist ja nun immer noch E30 M3, ne? Naja. Ist ja absolut absurd, also die gab es ja auch zeitweise mal zwischen 8 und für 8.12 bis 12.000 Euro ungefähr. Es ist schon, ist schon, ist schon Wahnsinn. Naja, das stimmt. Du kannst ja wahrscheinlich deinen E30 auch mit massiv Gewinn theoretisch verkaufen, ne? Aber, ja. Aber ist halt auch die Sache, so einen dann wiederzukriegen in dem Zustand, wie ich ihn jetzt auch bei dir gesehen habe. Das ist ja auch echt schwer. Na, eigentlich fast auch unmöglich mittlerweile, ne? Weil halt sehr viel halt auch verbastelt ist. Wie gesagt, ich habe mir viele Einzel-MQPs auch angeschaut. Ähm, und schlimm. Einfach was mit den Autos passiert, ne? Ja. Da, da drangeklebt, da drangeklebt. Äh, das ist Wahnsinn, ne? Na, mein Bruder ist großer E36-Verfechter. Ja. Und da ist das ja gefühlt noch schlimmer. Also da, da findest du ja gar nichts, was man nicht verbastelt ist. Also das ist echt Wahnsinn. Dort, äh, das ist meine E36-M3, das ist meine Jugendzünder. Okay. Äh, ich hatte ein E36-M3, ein Individual, Nachtblau-Metallic. Mhm. Ähm, gut mit dem SMG1 getrieben und musst du Fan sein. Naja. Ich habe es dann gehasst und auf Handschalter umgebaut. Okay. Ähm, nachdem das mir zu oft kaputt gegangen ist. Viel Rennstärke gefahren, immer mehr Rennstärke gefahren und immer mehr. Dann kommt der Breitbau dran als Auto. Dann wurden die Seitenwände aufgeschnitten. Wenn ich die Möglichkeit hätte, meinen ganz alten Rennwagen nochmal wiederzukriegen, würde ich es machen und den wirklich, glaube ich, nochmal eine Kuh geben, dass ich den komplett auf Original zurückbaue. Ich glaube, das wird nicht mehr möglich sein. Naja. Jetzt musst du aber glatt mal, bei dem, was du alles schon erzählst, musst du glatt mal deine BMW-Historie erzählen. Wie viele hast du schon gehabt? Äh, E30-320i Touring war mein erstes Auto. Dann kam mit 20 ein E36-325 von der Firma Kelleners. Wird dir vielleicht nicht ganz so viel sagen. Ist, äh, wie soll man sagen? Ja. Ist eigentlich fast so wie Schnitzer. Kann man mal ein bisschen nachgoogeln. Die haben ein ganz spezielles Felgendesign gehabt. Die gibt es sehr selten und das Auto war echt gut. Dann wird es jetzt schwierig. Dann kam schon, ja, der E30-M3, äh, eine Zeit lang E60-M5 Handschalter, umgebaut. Oh, hast du einen, äh, umgebaut. Umgebaut, SMG auf Handschalter, ja, CSL, 1er-M-Coupé, boah, das ist eigentlich so vieles so zwischendurch, was so, ja, was so durchgelaufen ist. Ja. Ne, ich bin aber jetzt, okay, na, der Auto ist sehr lange behält, ne. Also es kann nur durchaus sein, dass ich wie beim CSL dann einfach mal früh aufstehe und sage, gut, ich hab mich jetzt satt gesehen. Das können viele nie verstehen. Ja. Aber das ist dann einfach so, weil es ist, ja, das Leben ist zu kurz und wirklich nur ein Auto zu müssen. Ne, ich glaube vor allem auch, wenn du ja immer wieder was Neues, Geiles bekommst, dann fällt es auch leichter, Abschied zu nehmen, ne, wenn du jetzt ihn wieder danach bekommst. Was war so dein All-Time-Favorite von den allen? Also das puristischste Auto, sag mal so, wo die Leute wirklich extrem reagiert haben, war halt wirklich der E30-M3. Mhm. Ein, äh, schwarz mit roten Streifen. Also das Auto war echt perfekt. Ja, beim CSL war so zum Schluss die Problematik, die darf keiner in so ein Auto fahren. Egal, ob Frontstoßstange, Hexstoßstange, egal was du halt irgendwann mal brauchst, es ist halt vieles nicht mehr lieferbar, weil viele Leute, was ich auch verstehe, ähm, das an ihrer normalen M3 ist. An der normalen M3 gebraucht haben wir ja. Genau. Und somit natürlich der Teilebestand, äh, extrem, ja, runtergegangen ist bis auf Null. Ja. Und, ähm, das ist halt eine Sache, was ich sage, was bei Alpina zum Beispiel mir sehr gut gefällt. Du kannst dort anrufen und sagen, du hast so viel Geld der Welt wie möglich und willst an dein originales AG-Auto Alpina-Teile dranbauen, da wünschen die dir dort einen schönen Tag. Das ist halt, das ist halt das Schöne, ohne dort eine Fahrgestellnummer durchzugeben mit Motornummer und, äh, oder Blocknummer und, äh, Zylinderkopfnummer. Ja. Passiert dort, passiert dort gar nichts. Okay. Na, und das ist halt das Schöne, was vielleicht BMW bei gewissen Fahrzeugen auch machen soll. Ansonsten ist bei dir BMW-Affinität, liegt es in der Familie, oder wie bist du dazu gekommen? Ja, mein Vater hat, äh, ganz früher bei Melkos gearbeitet. Ach, Tatsache. Ah, okay. Ja, das ist ja cool. Also, der hat, äh, früher bei, bei Melkos gearbeitet, ähm. Was hat er gemacht? Ja, du bist ungefähr Service-Techniker, dann war der Werkstattleiter, da so um die 90er-Jahre rum. Ja, und dann, ja, es gab damals keine andere Wahl, ne, mein erstes Auto. Ich wollte damals einen Opel Kadett, äh, GSI Cabrio haben, mit diesem Digital-Tacho als erstes Auto. Ähm, da haben meine Eltern gesagt, dass ich doch bitte ausziehen soll. Nö. Ja, das ist eigentlich immer wieder eine, äh, eine recht entspannte Story. Nö, ja. Und, äh, ja, und dann ist es halt, wie gesagt, äh, zu dem Unfall gekommen, mit dem Motorschaden, ja, dass man einfach zu Hause in der Garage dann den Motor getauscht hat, den Schweller gewechselt hat. So ging das dann einfach mit 16 dann los, ne? Mhm. Und somit, das, äh, lässt den dann auch nicht mehr los, ne? Da ist die, da ist die Macke in die Wiege gelegt, sozusagen. Ja, das ist einfach so. Man steigt halt immer wieder ein und man fühlt sich direkt immer wohl, was, was bei, was bei anderen Herstellern jetzt nie so ist. Also wenn die vielleicht auch auf ihre gewisse Art und Weise auch sehr schön sind. Ja. Ähm, aber du steigst ein und ich setze mich rein und bin gleich mit dem Auto eins. Das habe ich halt bei den anderen Autos halt einfach nie, ne? Ja. Ja. Was ist für dich so ein, so ein Baujahr, wo du sagst, ab dem Moment sind die Autos nicht mehr so interessant für dich, also zu modern? Ja. Nach 1M. Alles danach, ne? Ja. Also die sind auf ihre Weise auch schön, man gewöhnt sich dann alle so ran, diesen neuen Grill und so, ne? Ja. Jetzt ist es einfach auch gar nicht mehr so schlimm. Klar, wenn man das erste Mal sieht, denkt man, oh mein Gott, ne? Ja. Aber im Großen und Ganzen, man muss das Auto dann irgendwo vielleicht in 20, 25 Jahren vielleicht einfach mal wieder restaurieren, ne? Mhm. Und das sehe ich dann bei den neuen Autos mit den ganzen Glasfaserkabeln und der verklebten Karosse und sehe ich dann alles nicht mehr. Genau, ob das überhaupt auch geht, ne? Ja, genau. Und das ist halt, das ist halt, ja. Ja, das stimmt. Das ist halt so schwierig, deswegen ist für mich dann so, für mich persönlich so die Zeit dann so ein bisschen zu Ende, ne? Also M4 CS, auch ein schönes Auto oder M2 CS, auch schön, aber das ist dann, ja. Sehr schön. Zu dieses so automatisierte Fahren, wie ich das immer so schön sage. Ja, das stimmt. Also du ziehst am Hebel und, ne? Obwohl die BMWs da wahrscheinlich immer noch die Besten sind, was das angeht, ne? Also ich glaube da sind andere Marken schon deutlich verwaschener mittlerweile, die versuchen es wenigstens noch irgendwie beieinander zu halten. Ja, das stimmt. Was fährst du als Daily? Das? Ja, ja. Geil. Also ich bin jetzt, ich bin wirklich zwei, die letzten zwei Jahre bin ich ein Golf Variant gefahren, weil es mir einfach so, ja, so ein bisschen auch egal war. Ja. Und jetzt fahre ich komplett im Sommer ausschließlich nur das Auto. Also jetzt ist es weggestellt. Ich fahre mit dem 320 IS. Wie gesagt, Straßenlage ist wichtig, dass es nie so viel gesalzen ist. Naja. Das Auto habe ich jetzt vor vier Wochen erst komplett konserviert. Okay. Also Radläufe geputzt, alles den ganzen Dreck von zehn Jahren rausgeholt. Naja. Und überall alles leicht versiegelt, also nie übertrieben. Naja. Wir machen jetzt natürlich auch viel Ultimernpflege, gerade im Klassikbereich. E30 Cabrio ist absolut unser Spezialgebiet. Okay. Die Verdecke tauche ich eine Fehlersuche an die Verdecke. Dass das wieder alles ordnungsgemäß funktioniert, ist absolut unser Spezialgebiet. Ja. Und demzufolge dann auch natürlich der Erhalt und die Konservierung. Und ich kann jetzt so ein Auto jetzt hier nie wie ein Ultimern konservieren, wo ich dann acht bis zehn Kilo Hohlraumkonservierung in die Hohlräume haue. Naja. Spitze. Und dann steht das Auto in der Sonne und dann trifft das überall raus. Das geht bei so einem Auto hier nie. Naja. Also man kann das machen, aber... Aber ansonsten, ich finde es echt faszinierend, wie wenig sich das von meinem unterscheidet in raumtechnisch so. Naja, aber umso... 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 Es ist ja eigentlich kleiner. Es ist halt außen, ne? Naja. Das ist echt geil außen. Also... So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind mit dem 1er M Coupé wieder da. War sehr geil. Danke, dass ich mal mitfahren durfte. Danke, danke. Eine sehr, sehr coole Sache. Ja, und ansonsten würde ich sagen... Hast du nur ein paar letzte Worte? Oh, das ist ja auch über ein bisschen. Aber... Ne, danke. Also danke, dass ihr da wart. War sehr entspannt. Ein bisschen familiär. Ein bisschen sehr locker gewesen. Ich denke, dass du das war, was ihr wolltet. Und... Ja. Danke, dass du mitgemacht hast. Wir haben ja auch gleich hier Doppelbeschallung. Wir haben ja schon gesprochen. Dir fällt auch gleich jemand ein, den wir vielleicht auch nochmal vor die Linse nehmen können. Auch nochmal jemand mit einer guten BMW Macke. Im positiven Gemeinde. Ja. Und ja. Ansonsten. Dann danken wir. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. So sieht's alles. In diesem Sinne. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wir sehen uns. Ciao. Ciao.